Einen flaschenden guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Das All-You-You kommt nicht am Dienstag wie normalerweise, sondern heute am 31. Denn wir gehen auf den 1.16-Server. Wir haben uns bereits im Stream angezockt und zwar gibt es ja aktuell unter Slash-Event das Halloween-Event. Und das Ganze läuft ja noch bis zum 2.11. Und bis dahin sind ja noch ein, zwei Tage hin. Und wenn ihr jetzt noch nicht so viele Süßigkeiten gesammelt habt, beziehungsweise noch ein paar braucht, kann ich euch jetzt einen sehr guten Spot zeigen, wie man schnell an relativ viele Süßigkeiten kommt. Ich weiß nicht, also beim Eventbaum, da stehen auch manche rum, ob das sich so rentiert, weiß ich nicht. Aber das sollen auch gut Mobs spawnen. Aber wenn ihr jetzt hier vom Spawn links ausgeht und dann hier einfach mal hier unten am Baum vorbei, dann kommt hier gleich ein Höhleneingang, wo ihr diese zwei Ritter seht. Da geht ihr einfach mal durch, vor allem in diesen Höhlen. Hier spawnen sehr viele Mobs. Und das ist unter anderem auch gut zum Leveln. Hier haben wir auch ein Zombie. Wir gehen aber hier, wo wir an diesem großen Skelett sind, hier gehen wir einfach durch. Und dann geht es hier einen Tunnel nach unten. Ich weiß nicht, ob das nur in diesem Tunnel hier unten ist, aber hier spawnen extrem viele Bosse. Vor allem dieser Kürbis-Boss, den werde ich euch auch gleich mal zeigen. Und da ist er auch schon. Ich weiß nicht, holt er sich den jetzt? Oder er macht mit, wie auch immer. Ah, nee, er lässt mich. Okay. Also mit Full Netherite kommt ihr hier auch am besten. Ich habe jetzt schon alles aufgelevelt. Deswegen, also ihr seht schon, ich bin ja mal im Kampf mit zweieinhalb oder drei Lehm rausgegangen. Also ihr bräuchtet auch schon ordentlich Süßigkeiten zum Heilen, wenn ihr keine Full Netherite Rüstung habt. Aber ihr seht schon, man bekommt sechs Süßigkeiten von jeder Farbe. Und bis zum nächsten Kürbis sind es keine fünf Minuten. Und wenn man das Ganze mal hochrechnet, sind das schon extrem viele Süßigkeiten, wenn man das den ganzen Tag lang macht. Das Ganze, was ihr jetzt in der Tablist, äh in der Tablist, perfekt, im Scoreboard seht, habe ich gestern circa in zweieinhalb bis drei Stunden hier auf dem Server gemacht. Plus komplett vollleveln. Also unter Slash Event kann man ja hier sein ganzes Zeug hochleveln. Ich habe hier Full Netherite. Bogen würde ich euch nicht empfehlen, das zu kaufen, weil die Pfeile müsst ihr ja immer durchgehend kaufen. Und ich habe ja auch noch niemanden gesehen, der wirklich Pfeile kauft. Ah, wie ich sehe, haben sich hier die Leute schon wieder lieb. Also man kann natürlich auch die Zombies killen, aber da ist es nicht 100% sicher, dass ihr überhaupt Süßigkeiten rausbekommt. Manche buggen auch komischerweise weg. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Weiß nicht, ob das so gewollt ist oder ob das ein Bug ist, aber aus manchen Zombies bekommt ihr halt keine Süßigkeiten. Deswegen würde ich euch empfehlen, mal in diesen Gang zu gehen. Im Chat steht dann auch manchmal drin, dass diese Vogelscheuche kommt. Wir können auch nochmal zum Spawn gehen und dann einmal zu einem Friedhof laufen, denn dort gibt es ja diese Grabstätte bzw. diese Sage. Ich hoffe mal, das war die Mehrzahl davon. Auf Friedhöfen kommt es unter anderem auch dazu, dass ihr auf Geister trefft. Und wenn diese Stern bekommt, ich glaube, es ist immer so zwei Laternen und eine Laterne gibt jeweils fünf Süßigkeiten. Welche ihr euch da halt aussucht, ist natürlich euch überlassen. Hier haben wir zum Beispiel schon einen Friedhof und wenn wir jetzt Glück haben, gibt es hier sogar einen Sarg. Sieht aber aktuell nicht so aus. Sie spawnen auch manchmal. Den Wegen habe ich gesehen. Was ich euch auch empfehle, anfangs zu leveln bzw. wenn ihr schon ein bisschen gelevelt habt, tut auf jeden Fall euer Schwert upgraden bzw. eure Brustplatte und euren Helm. Weil euren Helm müsst ihr dreimal upgraden und dann habt ihr auch freies Sichtfeld. Danach würde ich die Hose machen und komplett zum Schluss die Schuhe, weil die ja wie gewöhnlich am wenigsten Schutz bieten. Einen Bogen würde ich komplett rauslassen. Der ist eigentlich relativ unnötig, würde ich meinen. Ich glaube, da oben haben wir noch einen zweiten Friedhof. Wenn man mit dem Event anfängt, dann sind Zombies zwar ganz gut, aber später sind sie dann eher so ein bisschen Zeitfüller. Hier haben wir zum Beispiel einen Sarg. Den öffnen wir jetzt einfach mal. Und das ist wirklich der leichteste Boss ever. Also ich hau ihn jetzt einfach tot. Dann habe ich circa drei Bonbons bekommen. Sehr stark war der jetzt nicht und dementsprechend haben wir auch eine mildere Ausbeute bekommen. Deswegen würde ich diesen Sarg auch nicht wirklich empfehlen. Die beste Methode, die ich bis jetzt gemacht habe, ist halt in die Höhle zu gehen und auf diese Vogelscheuchen zu warten, denn die geben immer 24 Bonbons. Wenn wir links vom Spawn ausgehen, dann müsste ich hier lang laufen. Dann kommen wir ja hier zu diesem Eventbaum. Ich nehme jetzt einfach mal hier wieder diesen Beleuchteten. Den hatte ich auch letztes Mal genommen. Da weiß ich wenigstens, dass ich wo ankomme. Wenn ihr dann nach einer halben Weltreise auf den Baum angekommen seid, das seht ihr ja auch an dem Kürbis da oben, dann lauft ihr einfach am besten mal auf eine große Fläche, wie zum Beispiel, ja, hier ist eigentlich ganz gut. Und dann musste man nur noch warten, bis etwas spawnt. Naja, wenn es hier wenigstens auf dem Baum keine Mobs geht, dann gibt es wenigstens Empfang. Also gestern hatte hier wirklich jemand Mobs gespawnt, aber hier passiert bei mir gerade etwas weniger. Falls ihr, ich weiß nicht, ob ich auf einer falschen Plattform bin, falls ihr jemand mehr Ahnung hat, als ich, dann gerne mal in die Kommentare hauen. Ich empfehle trotzdem, die Hülle einfach zu nehmen. Es hilft, funktioniert. Und ja, habe ich auch gestern, beziehungsweise vorgestern im Stream, auch die ganze Zeit gemacht. Gebt gut Bonbons. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Abonnieren, Glocke aktivieren, um kein weiteres Video mehr auf dem Kanal zu verpassen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ein wunderschönes Halloween. Haut rein und schau, Leute. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.